Also einen klassischen Karrierepfad bei Ferkan gibt es nicht direkt, das ist halt immer leistungsentsprechend. Je besser deiner Leistung, desto mehr Chancen hast du durch aufzusteigen. Meine Kollegin und ich, wir haben eine persönliche Native Speakerin, sie ist aus Italien. So können wir Italienisch auch noch besser lernen. Dadurch, dass Ferkan ein sehr junges Unternehmen ist und wir ein sehr starkes Wachstum haben, schauen wir natürlich, dass wir das Wachstum fortsetzen. Und im Zuge von dem Wachstum werden ja erst die Führungspositionen, die richtigen, die werden erst entstehen in Zukunft. Wir haben jährlich Kurse, Verkäuferschulung, Verkaufsschulung, dann eben Frechtreisen, dass wir immer dabei sind und man sieht, wie das auch ist. Wir haben einen gut strukturierten Weiterbildungsplan, dadurch, dass wir mindestens einmal im Jahr auf eine Verkaufsschulung fahren. Jeder Mitarbeiter hier hat eigentlich die Möglichkeit, dass er aufsteigt in Zukunft, dass er sich persönlich entfalten kann und dass er, wenn er wirklich Führungsqualitäten hat, dass die auch gefördert werden. Also, ich sage dir, dass er das Ökaufsschulung ist.